Musik So und damit herzlich willkommen zurück zu Naruto Shibu Ultimate Ninja Star Revolution Ja Huah Naruto ist weggesprungen Wir haben aufgehört bei dem so über krass spannenden Ähm Was war das? Erstmal ein Timer starten hier wieder mal So Timer gestartet Ähm Ja Ninja Weltturnier Jossa Ich habe glaube ich vergessen den Ton ein bisschen Note zu machen aber ich glaube das ist egal Ähm Ja 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 stimmt ich entschuldige mich mal in diesem Video Boah was ist da los Ähm Das Vor kurzem nicht so viele Videos gekommen sind weil ich krank war Hauptkampf Oha Wollen wir mal ganz klein kack kurz So da sind wir wieder Und ich habe ein bisschen lauter gemacht ich hoffe jetzt nicht zu laut Ja ja wir haben es auch so gemacht sobald ich sobald ich noch ein paar weitere charaktere freigeschaltet habe geht es los mit den battles so ich habe gerade noch ein bisschen kurz wieder leiser gemacht auswahl bestätigen hauptkampf ja klar Ja klar! Klar will jeder unbedingt gewinnen. Oh! Was ist da los? Ich will endlich mal lossehen hier. Jetzt beginnt der Hauptkampf. Ich will endlich noch ein paar Charakteren verschalten. Ich will endlich Minato haben. Den Vater von Naruto. Und dann will ich mir mein ultimatives Team zusammenstellen. Orochiraru, Alter! Nein, Orochimaru natürlich. Ja komm, mir ist scheißegal wer 2. Runde spielt, 3. Runde. Ich glaube ich eh alle fertig. Ja, Reinfulg ist fertig. Ja komm. Ja, los. Zack, 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 kämpfen hier. Ich will mich nicht so lange aufhalten. Gegen Hiraya. Oh, Rasingan-Duell. Ich will endlich mal lossehen. Ich will endlich mal lossehen. Wir beginnen mit einer sehr interessanten Fluchtprobe. Das ist eine sehr interessantes Fluchtprobe. Wir beginnen mit einem sehr interessanten Fluchtprobe. Ah, jetzt noch wieder ein gleicher Attack, aber scheißegal, Iraya muss sterben. So. So. Iraya, du denkst mir nicht, dass du hier einfach so ein paar Sachen hier aufnehmen kannst. Vor allem nicht gegen deinen ehemaligen Schüler. Ah, reicht das überhaupt? Oh nein, das reicht nicht. Egal. Niko meinte übrigens auch noch so, ab der nächsten Stufe oder so, wer denn... Ach ja, ich guck die ganze Zeit die falsche Attacken. Niko meinte, alter, darf ich jetzt mal kurz ausreden hier? Niko meinte, in den späteren Dingern kann man denn noch den Special Angriff benutzen. Niko meinte, was... Niko meinte. Niko meinte. Niko meinte. Niko meinte. der kampf war eine gute show die reihe hat dicke null punkte hammer geil so kakashi ich hab jetzt einen guten vorsprung gebaut der muss jetzt aufbauen nämlich noch gar nicht gespielt na ist egal für verweise ich hoffe nicht los es war ein興味深い戦闘が始まりました i jubus ああああああ甘地ほどの構成ですね hier und ここで一気に決めてしまうという簡単のようです was willst du denn jetzt zu nahe ich meine ich ein und du warten denkst du auch du hast eine dicke lippe aber jetzt ist nur noch der da hinten, der auch denkt, er könnte meinen Chidori ausweichen zu nahe, der da zu flach, der da 6.430 6.430 Alter Tsunade Tsunade würde ich gerade sagen Sakura Sakura hat jetzt 7.430 wenn ihr das jetzt nicht schafft hua BAM gleich mal die eine getroffen oh ne, da habe ich doch nur wieder BAM und dann habe ich Holos Sim Maldo uuuu getroffen welches was das ist so so Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Ich bin so großartig. Du hast eine Spide mit erwischt. Pinnelpooper. Ah! 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 Entendlich. Ich kann es hier sagen, dass ich jetzt hierüber Alert eins bin. Ah! 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 Oh, ich hab die 10.000! Yeah! Bam! 10.000! Hm, ein Status wurde geteilt durch Katzebock. Ich bin ja ein bisschen krank zur Zeit, etwas mit dem Magen. Und ich schreibe erstmal bei Facebook, wie ich es hasse, krank zu sein. Da kommt ein Kommentar, was Positives hat es doch. Zocken! Aber ich musste mich echt dazu ringen, zu zocken, ey. Ich hab das jetzt so alles umgestellt, dass ich trotzdem in meinem Bett liegen kann, weil... Alter, mein Magen, der dreht sich 400 Mal im Kreis, ey. Aber es interessiert keinen, deswegen. Weiter geht's. Yeah, wir haben die erste Runde gewonnen. Ich bin jetzt schon der allerbeste Kämpfer der Welt, oder was? Ja, 7.000. Und jetzt, hier wird der vierte Kämpfer der Vierte Kämpfer. Wuhhhh! Kiewa Pupu. Kiewa Pupu. Kiewa Pupu. 120.000. Ich nehme eine lache Liebe. Yeah! Als extra Blumen herhalten. Als Wiederbelebung. Das Nini-Belt-Turnier geht jetzt zu Ende. Hä? 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 Ich denke es gibt... Hä? Ich war doch jetzt nur D-Rang. Hä? 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 Was? Hä? Hä? 84 mal 50. Ja? erhaltenes geld 23.000 15.000 was ok sakura großer ninja krieg uhr das könnte du musst das richtige natürlich das verbindet war es dann muss ich hier freundschaft sein es abschließen was mit freundschaft die rang geschafft ich wollte schon sagen ich bin nur der rang das kann doch jetzt noch nicht zu Ende sein was Nadine weiß ich habe einen Namen gesagt jeder lacht jetzt drüber über das kommentar etwas positives hat es denn noch ist ok oh man oh man ne mit dem mesha nautos oder ein weiteres nautos was 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 denn ist das jetzt hier oder was das mit dem mesha naruto ne wie lange haben wir eigentlich noch zwölf minuten ok 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 guck mal ganz kurz in dem tschuldigung tschuldigung hier kommen charakter anpassen da kann ich auch gucken ob wer hier ah den haben wir jetzt freigeschaltet den naruto dann haben wir hier naruto im eremiten modus den haben wir hier naruto im wissen ich nicht erweckten modus oder so sakura das ist jetzt der was war es Nennt ja Krieg Sommerkleidung, ah hier Ach Krieger Hier haben wir auch schon alle Ah hier ist Lette Kakashi Lette Obito Blablabla Der vierte Kasekage Wiederbelebt Was steht da? Magnetversteck Riesengoldstaub Hauerzug Ist es Ist es jetzt der Von ihm, der die Puppe besitzt? Der besitzt doch irgendwie die Puppe von dem Kasekage Wer ist das die? Das muss mir Nico beantworten Fuck you Badenza warum ruf mich Jetzt geh ich live ran Ja was willst du Badenza? Du bist grad live in der Aufnahme Jawoll Ja ich hab so ein Gefühl gehabt da Ich hab die Aufnahme rein wollte Hallo Ich hab dich auf Lautsprecher Ja Ich wär echt egal Was freut mich schon wieder Ne ich mach jetzt gerade Naruto Aufnahme oder wie? Ja Wie ich hier die Ja Leute Lieber YouTuber Ihr wisst schon Dass der Eisbar hier Eigentlich krank sein sollte Und eigentlich im Bett liegen sollte Ne? Ja was ich auch mache Ich liege im Bett Ja Ja Ich hab einen neuen Wo mitspielt Ja Naruto Und das wäre? Harrods Kollege von mir Ah ok Dann können wir ja immerhin schon ein Turnier zu viert machen Alter Alter Äh Ja ich steif auf mir labern weiter oder? Hahaha Hallo Ich hab schon da Unterhaltung in Ruhe für die Auf jeden Fall Ja ja Die denken sich auch alter Ey Normal sein ist einfach Knob sein ist schwer Oh man ey Denk ich glatt? Ne ne Ich werd jetzt wieder auffliegen du Hahaha Lieber YouTube Äh Krucker Alter Schrift jetzt ab Hahahaha In den Kommentaren Hahaha Jaja Wenn wir weiter telefonieren sollen Schreibt es in die Kommentare Und dann Kühne Alter Jetzt Jetzt live wo es nicht hochgeladen ist Schreiben es rein Hahaha Ey Ey ja Ist auch so geil Ey das ist das erste Mal wo du das Telefon habt Okay Das müssen wir feiern Hahaha Hahaha Okay Ja Komm nachher an TS Und dann ist alles gut Hahaha Ja muss ich schauen Weil um halb sechs Sechs kommt meine ganze Arbeitskollegen Und Feierfahrt Muss ich schauen Ich hab heute Nacht nur eine Stunde geschlafen Alter Ah das ist natürlich schlecht Hahaha Ja ich hab mir schon überlegt Was ich aufnehm Na dann Solange du mal überhaupt was aufnimmst Ist doch gut Ja Ja Aber weißt du nicht Ich weiß halt nicht was du aufnimmst Weil der eine Kollege der Homebruder Der traut sich nicht Hahaha Sonst hätte sich ja das Sniper Lito 3 aufgenommen Oder traut sich ja nicht Ja ist doch egal Nimm ihn ey Zieh ihn einfach rein Haha Und von Danny hab ich gesagt er soll uns eine Woche nicht sagen was er aufnehmen will Aber er hat sich auch nicht gemeldet Was will ich denn machen Alter Ich muss ja irgendein Spiel rausholen wo ich alleine spielen kann Hahaha Hör auf Naja wir können ja demnächst dann hier äh Wurde ich ja auch schon gefragt nach nem dicken Battle Bei Naruto dann Das können wir ja dann machen Wer hat sich ge- Wer hat sich gefragt Wer Haha Flo Hahaha Er will sehen wie wir uns gegenseitig battlen Ach der Flo alter Na welcher Flo wohl Achso ja Ey dann muss ich ja manchmal bisschen trainieren Alter Hahaha Na dann trainier mal Hahaha Ja das eine das Mechaniker Naruto Kackdinger Das hab ich ja nie gehört Mecha Naruto Da muss ich mal ganz gesagt Ja das Mechaniker Mecha Ja Mecha Naruto Story Story Ja genau das Ja das Den hab ich den neuen Schwänzigen hab ich ja gefertigt gemacht Na dann Ähm Haha Ja du ich muss jetzt sagen Hahaha Ja also Legen wir auf also Viel Spaß beim Video und Ey Tom Ey 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 eins du halt Tu das rausschneiden Alter Nee Garantiert nicht Hahaha Hahaha Haust du rein Ich hab's das hat aber Tschau Ciao Ciao Hammer geil Hammer geil Bist da bis dahin Hahaha Hahaha Oh man Ich fühl mich grad wie krank irgendwie Ich fühl mich grad wie krank irgendwie Oh ne Warte mal ganz kleinen Augenblick jetzt kurz So So Jetzt geht's weiter Ähm Es sind drei Abschnitte unterteilt Vorrunde, Hauptrunde, Endrunde Also wieder vor auch Alles klar Vorrunde kämpft ihr zuerst als Drei-Personen-Team Hauptrunde dann als Zwei-Personen-Team Endrunde denn alleine? Was? Ich höre immer zuerst musst du dein Team für den Tag vorrunde vorbereiten Auf Wiedersehen Na dann Anmeldung ist fertig jetzt würde ich lieber trainieren Und den Rest überlasse ich dir Hä? Hinata Ich hab grad gesagt jetzt bei Eldisch und Scheiße Scheiße wollen wir die Anmeldung zum Turnier nicht verpassen Ich hab schließlich nicht gelesen sondern Scheiße Darf man das sagen im Internet? Scheiße Äh Grüße alle wo heute GW haben und lasst knacken Äh Also Badenser hat mir grad nochmal eine WhatsApp Nachricht geschrieben Geschickt Wo drinsteht Grüße alle wo heute GW haben und lasst knacken Ah ja Der Badenser hat ja heute Geburtstag Stimmt ja aber ich hab ihn ja schön gratuliert Hehehe Oh Mann, Alter Und grüße dich jetzt über dem Weg nochmal Alles Gute zum Geburtstag Badenser Ehhh Oh Mann, ey Ähm Ähm So, gleich kann's weiter gehen So, alles klar Hm, na gut Juuu Einfach weg Ich muss mich beeilen Was machen die Leute Was machen die Leute? Pfff Speichern Das machen wir Speichern erfolgreich So Bei Mecha Naruto Willkommen bei der Mecha Naruto Story Der Mecha Naruto Story wird ein neuer Geschichte rund um Naruto und Mecha Naruto erzählt Nimm es in verschiedenen Kampf Kampf Konfiguration Turnier Deine weitere Auswahl In der Mecha Naruto In der Mecha Naruto Hä? Hallo Naruto Was? Hallo, was machst du denn hier? Und hab ich mich nicht auf Kima gesehen? Ähm Ähm Da gab es ganz überraschend eine Mission und Eine Mission? Oh Ähm Nicht Ähm Nichts was irgendwie gefährlich will Es geht nur um eine Auslieferung Oh Na dann ist ja alles in Ordnung Ja Aber ich muss mich beeilen Sonst bin ich zum Turnier nicht rechtzeitig wieder da Ich muss da mal los Oh Oh Ja Und Wohin geht's denn denn Wohin geht denn die Auslieferung? Hä? Nicht Hä? Wohin? Die Adresse Du musst doch mit der Auslieferung teilen oder? Äh Ja Aber ähm Willst du mir vielleicht leid Naruto? Ja Haha Dich damit alleine zu lassen erscheint mir riskant Aber wenn ich nicht mitkommen soll Dann ist das auch in Ordnung Ähm Ja Vielen Dank du Schwach Ich freu mich Oh Scheiße Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Schon gut Ähm Dann wollen wir mal Und Wohin müssen wir denn nun? Ähm Auf die Fettnis Insel Hahaha Auf die Festinsel Auf die Fetten Insel Die Fetten Insel? Äh Die Fetten Insel BAM 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 Was geht jetzt ab? Sieht gut aus Gut gemacht Vielen Dank Wir sind dann wieder auf dem Weg Äh du Spaß Du hast also etwas geliefert bekommen Klar Das ist jetzt auch ein Stück Wie war es bei dir? Hast du nicht mehr in Inspektionen die Ortzüge und der Headbeam erforscht? Ja hab ich Es war nur ein kleines Headbeam Aber wir wollten nicht dass es deswegen Todesopfer gibt Und Was hast du hier rausgefunden? Da waren ein paar Spalten im Boden Aber nichts besonderes Das du hier kannst wohl wie geplant stattfinden Gut zu hören Oh Hey Wenn wir schon davon sprechen Hast du von den Preisen zu mir jetzt gehört? Ja Ich war ziemlich überrascht Offenbar kriegen wir ein preisiges Ding Das auf dem Ende gefunden wurde Also Damit wäre die Mission dann wohl erledigt denke ich Ah Hm Hm Das ist also die fetten Ende Ah Hier halten wir das Turnier ab Vor Beginn des Turnieres Darf man sich hier nicht aufhalten Aber wegen unserer Mission haben wir eine Sondererlaubnis Hm Hm Das war diesmal der Timer Tja Aber wir machen das noch zu Ende Danke für deine Hilfe heute Naruto Wir sollten ins Dorf zurückkehren und uns an einem Turnier vorbereiten Warte doch Kinata Hinata Wenn wir schon hier wären wollen wir uns schon Wollt wir uns zwar nicht mal umwählen Wollt wir uns zwar nicht mal umwählen Ah Äh, aber eigentlich sollten wir uns doch jetzt in ein Gebüsch geben und uns nackig aussehen. Nein. Äh, aber eigentlich sollten wir überhaupt auf der... Äh, aber eigentlich sollten wir uns überhaupt nicht auf der Insel aufhalten. Ach, keine Sorge, wir sind ja nun neu gekommen und nicht wieder weg hier. Äh, aber meine Beifel ist ganz feucht. Was hoffe, wir haben dann ein paar spannende Sachen. Alles klar. So, da sind ein paar Missgeburten. Wir gucken jetzt Naruto an. Und dann sagen wir mal Adios, Amigos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020